Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Gestern haben wir das Holzfällerhütchen gebaut. Holzfällerhütchen. Finde ich ganz gut. Kann man jetzt sagen, ist keine technische Neu. Warum habe ich mich nicht fertig schlafen gelegt? Kurz nach sechs, wenn man aufsteht. Wobei, wir warten bis die Energie voll ist. Ich glaube es ist besser. Super, kurz nach sechs ist die Energie voll. Toll. So, drehen wir das mal ab. Ist stimmiger, oder? Ja, wir drehen das mal ab. So, wir müssen unbedingt... Genau, wir brauchen eine Batterie. Wir müssen das da neu sortieren. Weil es jetzt leider kann... Kann ich das heben, wenn was drin ist? Oh doch, oh doch, das geht. So, das stellen wir mal da her. Und den da stellen wir mal da her. Da muss es leider... Da muss es leider... Okay. So. Super. Weil wir wollen heute... Ich möchte mir anschauen, noch eine weitere Batterie, weil ich will ja, dass in der Nacht auch der Kühlschrank reinigt. Zumindest dieser Kühlschrank. Und alles ist leer. Können wir uns noch erinnern, was alles drinnen war? Ja, wir können. Und jetzt ist er leer. Ach ja. Ölsauger heißt er jetzt. Der Ölextraktor. So, wir hatten echt viel vorbereitet. Und jetzt ist alles weg. Es ist weg. Gut, hilft nichts. Ich möchte noch eine Batterie. Da ist die Entscheidung dafür gefallen. Wir brauchen noch eine Batterie. Platzierbare Strom. Batterie. So, damit wir nämlich in der Nacht auch wunderbar Strom verwenden, nicht speichern, verwenden können. So, die kommt hier her. Wir brauchen fünf Eisenbahn, vier Alu, vier. Wow, 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 wow. Gut, dass wir genau vier Kupfer hatten. So, das werfen wir da alles mal rein. So, und jetzt brauchen wir fünf Elektrikteile. Ach ja, plündern wir unseren ganzen Vorrat. So. Dass das Essen verschwunden ist, stört mich schon etwas. Ach so, ein Eisenbahn noch. Das gebe ich jetzt zu, weil viel Mühe. Viel Mühe. So. Die restlichen Elektrikteile können wir da ruhig einwerfen wieder. Vielleicht verschwinden sie auch. So. Was ich auch machen möchte, ist einen neuen Speer. Unsere ist schon fast durch. Fast. Also durch. Durch. Mit U. So. Hier haben wir die Fetten. Die Bandagen füllen wir auf auf zehn wieder. Das ist gut. Die Samen können wir jetzt auch ablegen. So, Samen, Samen, Samen. In die Samenbank. So, das kommt hier her. Dann haben wir die da. Und die hier. Super. Ach komm, von wo? Von, von, von wo? Kriege ich dich von da? Nö, kriege ich nicht. So, noch ein Speer. Ja, einmal hier. Ja, und jetzt ist er durch. Super. Das ist aber. Nein. So, Gott sei Dank. So, Sand bringt mich auf die nächste Idee. Los geht's. So, also wir haben jetzt zwei Batterien. Bedeutet, Speicher 2000. Ist schon nicht schlecht, aber ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir brauchen einen Knochenschwer. Knochenschwer, das ist nicht schwer. Wir brauchen den Knochenschwer. Was brauchen wir denn für einen Knochenschwer? Gegenstände? Knochenschwer. Hier. Drei Stöcke, Pflanzenfasern und Knochensplitter. Ja, werden wir machen. So, Pflanzenfasern. Ein Stückchen. So. Ich werde gleich mehr machen. So, eins. Dann fünf davon. Und drei davon. Ach, dann. Eins. Fünf davon. Und drei davon. So. Knochenspieler. So, den werden wir da gleich reinwerfen. D-di-di-di-di-di-di. D-di-di-di-di-di-di-di. So, dann fünf davon. So, und drei davon. Super. Den werden wir da gleich reinwerfen. Ja, wir haben beim letzten Horde, Angriff, viele Speere verbraucht. So, dann haben wir da noch 1, 2, 9, 9, 9 Die 2, den dazu, den dazu Und 5 Super Und wir müssen heute einmal auf Ressourcentour gehen Ressourcen So, und jetzt machen wir eine noch Für uns Einen Eigenspeer Oh, mein größter Wunsch, ein Eigenspeer So Super Knochen können zurück Wie langsam unser Knochenvorrat Also Knochensplittervorrat auch wieder sinkt Naja, kontinuierlich Langsam, aber kontinuierlich So, Brettchenlager haben wir darüber Übersiedelt, weil hier Kommt dann diese automatische Mhm, mhm Die da, der kreisige Tisch Kreisige Tisch Aber wir brauchen ja für das Zeug ziemlich viele Ressourcen Und deswegen müssen wir jetzt Auf eine Ressourcenrunde Oh, das Holzfällerlager Holzfällerlager Super So, Wassermelone gleich mitnehmen Und einen toten Vogel ernten Das wollten wir schon immer tun Schon wieder kein Fleisch Hm So Wir nehmen unsere Pickaxe Habe ich den Speer mit? Och, Gott sei Dank So, wir nehmen die Pickaxe Pickaxe, Pickaxe So, und holen uns Ja, Ton brauchen wir natürlich auch weiter für Zement Wir müssen unbedingt die Wand verbessern Jetzt sind wir da ganz Moment Gekont am Guck, da ist ein Bär Den würde ich gerne mal stehen lassen Einfach so Hoffentlich ist er dann nicht beleidigt Wenn ich ihn stehen lasse Und die Gorke können wir mitnehmen So, da drüben sind Steine Da ist viel Ton Ton, Ton, Ton Ja, da rollt er schon So Jetzt haben wir zwei Batterien Wie herrlich So Und es rollt Es rollt Hier kommt das Erz Hier kommt das Erz So Da oben Mal kurz einen Blick riskieren Ah ja, viel Ton So Wir holen uns mehr Steinchen Ich würde sagen Bis wir sechs Stück haben Oder einen riesen Spot Mit massigen Steinen finden Mhm 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 Da So viel Ton Na gut Wenn ich Wenn ich mir noch Ton mit Wenn er uns schon im Weg liegt Dann müssen wir das doch machen So Ton Ton, 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 Ton So Und hier auch noch Ja, Stöckchen Jetzt will ich aber testen Tatsächlich So Ob da jetzt auch kein Fleisch drinnen ist Oh mein Feil Oh doch Nö Möwen geben kein Fleisch mehr Interessant 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 Sehr interessant Naja So Wir holen auf jeden Fall Erze Da 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 Und wenn wir sechs Stück haben Kehren wir zurück Werfen alles auf die Öfen Wobei Da liegt Aluminium Glaube ich noch zum Schmelzen Aber das ist alles okay Können wir ja dann die Öfen schon aufdrehen Und die Bio Wieder einschalten Damit wir wieder Pflanzen säen So Das Holzthema dürften wir jetzt Für längere Zeit mal erledigt haben Sehe ich jetzt halber Vielleicht noch ein Photovoltaik Und Eines So Können wir natürlich auch probieren Eines bei der Holzfällerhütte aufzubauen Und Einfach mal zu testen Zieht das zusammen Ach da ist ein super Spot mit Steinen Ja So Wir brauchen das hier herstellen Und ich hab's vergessen Hier Ja Zwei Pflanzenfasern Das haben wir doch Nein das haben wir nicht Oh mein Gott Dann holen wir uns welche Die guten Pflanzenfasern So Jetzt sollten wir Pflanzenfasern haben Das Schwein ist hinter uns Vor uns sozusagen So Nöt reinigt Zwei waren das doch Oder So das da Super So Und jetzt testen wir mal Nein Lass liegen So Auf zum Schwein Ernten So Knochenfeil Knochenfeil Super Ja gut Kartoffel Ernten So Super toll Zwei Okay Das haben die da unten Ist ein 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 Das haben die also gemeint Mit dem Es wird schwieriger Es wird schwieriger Es wird tatsächlich schwieriger Interessant Gut Ja aber eine Zeit lang War das Fleisch ja echt Nicht mehr schwierig zu kriegen Kommt er zu uns rauf Ja wir könnten ihn natürlich Ein wenig pullen Ja wir müssen ihn gar nicht pullen Der kommt schon von Er kommt schon von Allein Er kommt schon von Allein Und er läuft auch wieder Von allein So Sehr gut Sehr gut Sehr gut Kommst du hier Ja Danke So das lasse ich zur Warnung Meister Meister Das Brennholz Oh Kartoffel Na gut Ein Brennholz Sind wir in die richtige Richtung Na ja fast Diese Richtung So wir haben sechs Stück Oh die Gorke So jetzt können wir natürlich etwas essen So Proteine 28 Ach essen wir das Wir essen es einfach Das heißt das Zeug Das heißt aber das Zeug das bei uns aus dem Kühlschrank verschwunden ist Das war ja jetzt nicht nur Rohfleisch Sondern es waren auch Dosen Also auch unsere Dosen sind verschwunden Ja du Dosen Verderben eben Oh das wäre doch super Also wenn Wenn Verpackungsmaterial Jetzt nicht unbedingt im Spiel Sondern Verpackungsmaterial Einfach nach einer gewissen Zeit Einfach weg ist Einfach weg Also sich komplett auflöst Und zwar im Sauerstoff Oder was auch immer In Luft Generell Luft Was wollte ich Ihnen da Ja genau So Mischen Super Mischen Ist impossible Ach verdammt Zement hier rein Das werden wir nämlich heute auch machen So Der läuft nicht Wie funktioniert unser Kühlschrank Tja Bedauerlicherweise Nicht Ausgangsstrom 40 Da können wir nämlich abdrehen auch Aber dafür können wir im Extraktor aufdrehen Also Bei Beregen Wie gesagt Wir haben ja genug Ausgangsstrom 140 Ölsauger Und Mischer Kühlschrank Haben wir nicht aufgedreht Können wir natürlich noch machen Weil die Batterie ist voll Machen wir das Drehen wir ihn einfach auf Auch wenn er leer ist So und wir machen auch gleich einen Test Wir legen die Kartoffeln rein Kartoffel, Kartoffel So Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel Und die Gorken Ach so Die Gorken gehen nicht Gut Und ein Fleisch Ein rohes Fleisch Das andere hängen wir zum Trockenen raus Ins Nasse So Super Was füllen wir da an? Was haben wir noch? In der Tasche Hier Sehr gut Was haben wir noch? Ton Noch mehr Ton Sehr gut Der gute Ton Der gute Ton Der kommt hier her So und den Rest haben wir für drinnen Dann haben wir hier noch ein wenig Kevlar Das kommt da rein So wir haben Federn Ja Federn kriegen wir jetzt super Ja du musst mehr jagen Ja du musst mehr jagen Das ist es Das ist die Lösung Ah ja Gen So Dann hier Stöckchen Super So Und jetzt würde ich sagen Wir greifen uns ein wenig Heizmaterial Und schmeißen die Öfen an Oh yeah Heizmaterial Und schmeißen die Öfen an Yeah Heizmaterial Und schmeißen Ja jetzt ist es aber gut So Das kommt wieder rüber Oh ein Schaft Das könnte man gleich jagen Ja jetzt sind wir auf den Geschmacken gekommen So ein Fett haben wir da Den Sand möchte ich noch gerne zurückräumen So Also wir nehmen Zement Nehmen Zement Nehmen Zement Und nehmen Zement Und hier nehmen wir auch noch Zement Und das nehmen wir auch noch So 40 haben wir dann noch in Reserve So wir brauchen jetzt den Upgrade Hammer Werkzeug verbessern Super So Und zwar Fangen wir von hinten an oder Super Das Holzteuer Interessant Dass man das nicht verbessern kann So Wir brauchen mehr Zement So Da brauchen wir natürlich wieder Ton Und Sand Sand Und Ton So Mischen Also Der restliche Zement Wird auch gleich verbaut Und wir schauen einfach Wie weit wir kommen So Das Wetter wird wieder besser Super So Betonzaun Betonzaun Ich glaube das war es jetzt mit unserem Zement Acht Stück haben wir noch Acht Stück Zement Viel zu wenig für alles Super So Dann schauen wir uns gleich mal Mit dem anderen Hammer Ob wir reparieren müssen auch Oder ob das Upgrade Böden Ausrechnend war So Also Zement Zement Okay Wir reparieren ist das Ganze nicht mehr so schlimm Wir schauen uns aber insbesondere die Holztäune an Holztäune Auch nicht schlimm Nö Ist gar nicht so schlimm Reparieren wir gar nichts Das lassen wir wissen Super Und so viel finde ich ist es gar nicht mehr Gut Reparieren Also heute nicht Mit der Steinaxt Und wir ziehen los So Nö Hier So der ultimative Test Der Vögeltest Äh Vogeltest So Nö Wir kriegen kein Fleisch mehr von Vögeln Okay Was natürlich sehr schade ist Wir schauen mal Fisch Mit Öl Fisch Das heißt nur von Wildtieren Kannst du schwimmen? Er kann übers Wasser gehen Nein nicht ganz Da ist ein Fuchs Jetzt sind wir bald echt erledigt Fuchs Wo? Ich habe ihn gehört Es war ein Fuchs Ich habe ihn gehört Ein Fuchs Ein glänlicher Fuchs Okay Dann gehen wir mal fischen Gehen wir mal fischen Ich weiß genau Dass er da irgendwo herumhängt So Mittags muss Fischen eigentlich super sein So Danke Und Nö Dich will ich haben Dich will ich haben Dich will ich haben Kommst du Kommst du Ach komm Ich habe einen Platz auf einem Trockengestell für dich Super So Muss eigentlich vorerst mal reichen Da ist vom Baum gerade der Ast abgefallen So Wir gehen mal rein Nachher nehmen wir die Fische aus Aber vorher Können wir nämlich noch So Kopfer 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 Machen wir zuerst mal den Kopfer Den Kopfer So Und Hier Super So Wir haben da Und Da 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 Zwei Schafe Toll So Ich höre Ich höre Geht Geht mehr in Richtung Offenbar Ist ja alles Alex Ist ja alles gut Offenbar mehr in Richtung einer Überlebenssimulation anstelle einer oder Also Äh Einfach so Die Schwierigkeit des Lebens So So Die 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 Thunfisch So Und Ernten Ganz toll Weil wir haben jetzt Oh Wir haben viel Fisch Mit Öl Super Oh da liegt ein toter Vogel Dann schauen wir uns später an Der hat eh kein Fleisch So Vorher hängen wir natürlich noch das auf Muss alles getrocknet werden 17 17 17 Ja was weiß ich Oh Moment Der Test läuft ja noch Hallo So Wir nehmen das raus Wir nehmen das raus Und machen einmal Oh Wie viel Eintopf wir hatten Alles weg So Also Ein Topf hier rein Und anzünden Ja wenigstens das So Das lassen wir da Federn kommen Wir brauchen eine eigene Federnkiste Es ist doch der Hammer Eine Federnkiste Okay Ja wir können tatsächlich noch eine Federnkiste bauen Wir wollten auch mal den übersiedeln da rüber Ich baue jetzt eine Kiste Ich baue eine Kiste Es hilft mir nichts Ich will eine Kiste haben Die Kiste So Schade 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 Wir haben aber oben auch genug Platz für eine Kiste Wir stehen die oben drauf Und da war sogar die Tür noch offen So Und zwar Nö Platzierbar Lager Ich sehe ihn Ich sehe ihn Und bald sieht er mich So Er sieht mich nicht Wieso ignoriert er mich Wieso ignoriert er mich Die Möwe provoziert mich aber auch So Nö Was mache ich denn da So Wir brauchen also Brätchen Acht Stück Brätchen Brätchen So Dann nehmen wir mal alles mit Was wir so haben Also alles ist gut Aber Super Ja Nö Jetzt dachte ich da vorne steht ein Fuchs oder so Ja Fuchs oder so 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 Ein wenig Brätchen fehlt noch Drei Stück So die holen wir uns auch noch Super Ui Jetzt haben wir da unser Kistenlager So Das heißt ich kann zum Beispiel sagen Fett Oder Federn Zum Beispiel So Jetzt machen wir die mal auf Fett Das da Das da Federn Federn Wir haben eine eigene Federnkiste Wie schön Pflanzenfaser Nein wir lassen eh ein bisschen da Ein bisschen lassen wir da So Pflanzenfasern 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 Oh Endlich ein eigenes Lager Ein eigenes ist gut So Nein Wenig kann nicht da bleiben Die Pfeile Sind die Steinpfeile Die Weiß ich gar nicht Ob wir die überhaupt noch Verwenden werden wollen Und so weiter So Tierpfeile Damit wir die nicht immer noch Als Wahn Und platzieren müssen So Und Kevlar Was haben wir Overheating Overheating So was haben wir da Das Wir haben das Overheating Körpertemperatur 40 Bin ich denn krank Wenn ich das ausziehe Okay So Schuhe Plus 2 Hitze Helm Brustschutz Beinschutz Super Jetzt brauchen wir noch eine Kiste Ach ja So Seil nehmen wir auch mit Nach oben Bei der Seil Das können wir da lassen So Da haben wir Stoffe Ja Das füllen wir auf So Wir laufen mal nach oben Boah Voll überladen Laufen ist gut Wie viel sind wir noch 200 Super Das machen wir Mit dem laufen wir nach oben Hey 200 Kilo Ja klar Treppe rauf Treppe rüber Wie halten das aus Ja So da sind Federn drinnen Wir legen also das schwerste mal ab So Unter den Federn Könnten wir gleich Fett und Inga ablegen So Da hinten geht schon wieder einer Das kommt mir gerade etwas umgelegen So Hier Kevlar So Und da können wir die reinlegen Ja So Wunderbar järchen So Dann haben wir Federn Fett Da könnte ich auch Knochensplitter und sowas reintun Das werden wir dann auch machen So Und hier Die Borke Natürlich Die Borke Es ist die Borke Und nicht die Nachtigall So Knochensplitter Nehme ich gleich mit So Die Borke Die Borke Die Borke Ich hoffe Ich hoffe die greifen Ich hoffe die greifen mich nicht an Während ich gerade Witzig umsortiere So Die Borke So die lassen wir da Genau so wie wir die hier auch da lassen Oder scharf Wie viel Gewicht 75,5 Ach komm Ach komm So Essen Fisch Fisch Jetzt musst du immer nach oben laufen Naja Ich habe vor Unten natürlich weiterhin Das Lager zu betreiben Er ist jetzt weg Ein Schaf So Moment Ja Naja So Ähm Sauberes Wasser Verdammt Schmutziges Wasser Naja vielleicht Oh mein Gott So Das muss man zuerst Trinken Und dann kann man es machen Okay Machen wir es gleich noch einmal So Wir holen uns das Wasser Holen uns das Wasser So Und füllen das Wasser Wieder ein Ins Lager voll So Bist du unser Schaf Ja Du bist unser Schaf Oh Fleisch Yeah Das Gute So Jetzt können wir das noch da auflegen Schmutziges Wasser Super So Kartoffel Kartoffel Wir holen die Kartoffeln aus dem Feuer So Und das Fleisch Können wir da wieder reinlegen In den Kühlschrank Das Testfleisch Super So Testfleisch Testfleisch Wahnsinn oder Wir können ja gleich noch zwei Eintopf machen So Und das gleich einlegen So Jetzt haben wir gleich den ultimativen Test Statt dass wir was essen Machen wir da einen Kühlschrank voll Super So Was wollte ich denn da jetzt Ach ja genau Sauberes Wasser Super So Wir haben sauberes Wasser Ich glaube er ist nämlich sowieso schon wieder durstig 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 So wir haben das 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 Jawohl Das 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 Jawohl Das werfen wir da gleich in den Ofen rein Schwupps Schon kommt es in den Ofen rein So Und dann würde ich noch sagen Knochen Knochensplitter Ja Und wenn ich das und das Geht das auf der Werkbank Nö Natürlich nicht So Die Sachen die am Boden lagen Sind natürlich alle weg Das ist großartig So Weil dann können wir nämlich neue machen So Das lege ich mal da her Also Jetzt haben wir wieder einen Fehlplatz So So Und da hinten können wir Hier Kleidung Und auch Solche Sachen So Das heißt Die Borke Und das hier Oh Fett natürlich auch Und das natürlich auch Super Super So Kleidung können wir uns dann neu machen Alles gut Warum auch Ja Schlag mir bitte gegen den Betonzaun Das habe ich am liebsten Uff Ja Immer schön die Füße kühlen Kommst du wieder? Oh ein Stein So Ja Aber Das ist die Zaubererfolge Wie Sachen verschwinden Ist es aber so Manchmal In Early Access Außerdem habe ich sie am Boden gelegt Und sicher zwei Minuten nicht drauf gesehen So Dann nehmen wir das mit Könnte man eigentlich aber noch offen lassen Aber wir nähern uns dem folgen Ende Ach ja So So Und zum folgen Ende möchte ich gern Weil es ist erst früher Nachmittag Dennoch ist das folgen Ende nah Möchte ich gerne da auch noch was reinwerfen Dazu laufen wir zu diesem kleinen Baum So Und benutzen heute sozusagen unsere Holzfällerhütte 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 Die Holzfällerhütte ist da So So Und hier Wahnsinn oder Es ist so super Die Melone holen wir uns dann auch gleich So Ja Licht werden wir dann hier auch noch machen Natürlich Aber wir haben so viel Bedarf an Metallen Aber schön Die Holzfällerhütte Mit dem fehlenden Eck da So Hier Dorst Gegen Dorst kann man was tun So Essen Essen Und Essen So Protein fehlt ein wenig Ist aber okay Der Nachmittag Ist da Und Somit auch Unser Folgen Ende Vielen Dank fürs dabei sein Und wir sehen uns wieder In der nächsten Folge Bis dann Tschüss